Moin Leute ich bin der Steffen und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Hier habe ich jetzt noch ein paar Bonus-Ausschnitte von Rainbow Six Siege, die ich zusammen mit dem Mili aufgenommen habe. Viel Spaß. Ja, da ist der Schildtyp, ist noch um die Ecke links. Um die Ecke links, ok. Ich komme da. Toll, Flash. Doch. Der kommt rein. Ich brauche Hilfe. Nice, danke. Well played. Ist da oben noch. Ne, oh fuck. Weiß ich nicht. Ne, ich glaube nicht. Nice. Ich habe schon Angst gehabt, dass ich mich selber weg sprengen. Ist mir eingefallen, das Ding hat nur eine Reichweite von einem Meter, also. Ich habe einen fetten Kill, es ist bekommen. Yay. Wurde gespottet, ok. AP 1. Nice. Mal rausgerannt. Du bist so eine Fotze. Vollassi. Habe ich aber auch heute schon gemacht, da habe ich zwei von hinten gebackraged, zwei Schildtypen, das hat mich ziemlich gefreut. Mhm. War einfach zu doof mit dem, wir zu lange gebraucht. Ne. Oh, wir müssen sich die Wand ballern, ne. Hab einen. Nice. Oh, komm, durch die Mitte, durch die Mitte, durch die Mitte. Hat sich über dir gesprengt. hab ein habe ich bin die durchgesprengt willi passers ich habe keine ahnung alle ich bin gerade dann in meine ecken checken also ist wo ich bin da und niemand okay was auf ich habe nicht gespottet aber ich weiß auch nicht wie viele da drin sind ja ich lasse mich vorgehen aber hinter dem schild schon eh wir können nicht reingehen alter weg ach ist granaten abfang ding dachte schon ganz was jetzt los links kommt einer durch ah da ist er der medic medic down nice keiner down ich gehe mal rein da kommen sie durch das sind unsere team hat unser päckchen ich hole unser päckchen warten auch noch ein das letzte wird auch bei b drin sein oder 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 vor allem vermacht für mich absolut keinen sinn irgendwie naja ist auch so schlecht ne der schaden glaube ich relativ stark und noch ein schildtüb ja der ist da und der schildtüb die alle der flankiert die aber hat noch einer glaube ich das kommt ja und tanja schild hat voll ausgebaut ab eine da naja q was war das denn ich will auch mal dick flankieren und kills machen es darf nicht nur der ich war auch und dann machen das alle uns die und nehmen inzwischen den raum ein das ist aber wirklich mal riskant auf einmal dreht sich der montagne nach oben ey shit falsche killcam ach man der hat sich selbst überreift ne ich weiß oder willst du was du meintest jetzt hier dahinter das lol ach es war ein teammate der geschossen hat ja hier durch ach hier ja das geht ja auch du gehst diesmal vor ich sterbe immer jo mach man ich siehst nicht einen geht zu sterben ok lol lol ich hab zwei wie geil wie geil war das denn alter what the fuck alter what the fuck die kick direkt einen gekillt und dann hier alter wie nice ey lol wie geil das ist ein guter clip nice einfach mega nice ey also da ist einer definitiv im treppenhaus aber ich würde einfach versuchen möglichst schnell in den raum zu kommen hinter euch hinter euch besser besser ja nice reload und du sagst noch die marke die scheiße ich mag die marke die ist echt auch scheiße ja ihr habt ja sorry alter ich will jetzt hier die geilen clip sehen man rechts ist noch einer ja nice ja ok flawless Habe ich den einen nur verletzt. Shit. Toll, da schlägt ein Loch rein. Alter. Hat sich einer angeschossen? Ja, der Medic. Ja, deshalb gehe ich nie hin zu diesen Schießereien, wo die ganzen Idioten sind, Leute. Ich komme links durch, glaube ich. Schill-Typ. Schill-Typ? Okay, dann komme ich mit Gas. Injured, der Termit. Nein! Wieso ist der gerade jetzt wieder? Man, ey. Brauche ich nicht, um dieses Scheiß-Ding zu werfen. Scheiß-Schill-Typ, ey. Ich hasse das. Ups. Habe ihn. Nice. Hier ist irgendwie noch nichts. Klo? Oder so? Ja, Schill-Typ. Down. Ja, ich komme mit Gas. Oh, nice. Die haben sie durchgesprengt, durchgesprengt. Pass auf. Ich gucke rechts. Gehen sie auch durchgesprengt? Nee. Da ist der Viergruppe gejagt, der Idiot. Hm. Das ist ein B.A. Ich gehe mal schnell in dieses Loch dort. Links von euch ist jetzt nicht mehr gedeckt. Das ist Strom. Drohne. Sprich, da ist ein IQ irgendwie. Warte, der steht direkt vor der Wand, da muss ich weg. Bei A. Okay. Zeig dich, zeig dich. Okay, wir müssen da schnell rüber, sonst schaffen wir das nicht. Pass auf, links, ne? Ja. Lade, Schill-Chiff. Habe ihn. Nice. Zwei Typen noch. Komm, noch leben, ey. Ein Schill-Typ, ein normaler. Toll, okay. Da ist er, da ist er. Ander auf der Couch. Okay, jetzt defuse, defuse. Oder jetzt hier oder nie. Na komm. Na komm, Bitch. Ja. Du Monster. Du Monster. Oh, da haben beide geholt, ey. Oh Gott, war das gut. Aber auch, weil wir genau gleichzeitig reingestürmt sind. Oh. War das gut. Hard fought victory, ey. Oh Gott. Nice, Alter. Wir haben das echt alleine gewonnen, diese Matches. Die haben wir noch so ein scheiß FPS-Einbruch. Da dachte man so, jetzt echt. Ich würde es. Eine, oder? Das ist das